Heute im Qualitätstest, das ultimative Good Board Legend, live auf dem Shop First Try. Das Board ist größer als der kleine Wanderer sitzt, live aus dem Shop First Try, wo alle Boards nichts kosten und alle umsonst sind zum Mitnehmen. Und hier ist das dicke Legend, das dicke Legend, uuuuh.